Also die Leute am Set haben immer das Gefühl, jetzt dürfen sie nicht hinschauen und so, müssen aber hinschauen, vor allem die Kamera muss hinschauen, es müssen immer alle rausgehen und es wird am angenehmsten ist einfach, wenn es schnell vorbei ist, weil es ist meistens kalt. Ja. Nein, aber man könnte es einführen, dass einfach bei Sex-Szenen immer alle nackt sein müssen am Set, weil dann ist es überhaupt nicht mehr so aufregend, so ein FKK-Dreh. Ja, stimmt. Ja. Dann wird er besser eingekatzt. Ja, obwohl diesmal war es eh, also es war Bett, es hat Decken gegeben, es war eigentlich gemütlicher als oft zu Hause.